Hey, schön, dass du da bist. Ich bin Stefanie Andersson, Hochzeitsfotografin und du bekommst hier einen Einblick in meine Arbeit. Wenn du mehr Inspiration zum Thema Hochzeiten und Planung haben willst, dann habe ich noch einen zweiten Kanal, und zwar das Hochzeits-1x1. Dort findest du schon einige Interviews mit ganz, ganz tollen Dienstleistern zu allen möglichen Themen und einige Do-it-yourself-Tutorials. Deswegen, das wäre dein Kanal, wenn dich das interessiert, und ansonsten lass dich gerne hier inspirieren und schau mal ein bisschen hinter den Kulissen meiner Arbeit. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar und auch einen Daumen hoch. Also denn, bis bald und ganz, ganz liebe Grüße, eure Steffi. Ciao!